heute f1 set von explode stromboli 30 vulkane drei ausführungen sind da drin konische fontänen 3 zoll 4 zoll konische fontänen zwölf zentimeter fontäne jeweils zehn stück es soll auch ein neues set sein von explode auf jeden fall ganz fresh aus kostet 20 euro wir probieren das jetzt mal aus büros jetzt sind wir draußen stromboli von explode wir haben von jeden zwei mal gucken was die dinger können kannst anfangen fängst du mit den großen an okay gut schauen wir mal was die dinger können sieht schön aus so und den nächsten komm welche machst du jetzt das war der lange jetzt kommt der dicke ja jetzt kommt der dicke vulkan genau super ja alles gut alles gut na guck mal hier vorführeffekt der funktioniert nicht das läuft ja naja den lass mal stelle ich aber zur seite zünde dann den hier an den ganz anzünden das ist der große den anzünden mach locker ganz locker ganz locker genau also das set kommt mir richtig schlecht vor so und weiter geht's mein zündelmeister muss das feuer einmal wechseln jetzt geht's weiter so weiter geht's hier ist viel los alter schwede das gibt es gar nicht alle zwei minuten kommt hier jemand an gelaufen meine fresse jetzt schauen sie hier die ganze zeit kommt keiner und jetzt joggen sie hier also unfassbar ja richtig schön das sieht richtig gut aus aber die sind wirklich jetzt habe ich mir echt mehr vorgestürzt